Hey du, ja genau du, ich wünsche dir, dass du in deinem beruflichen Wirken immer nur aufgehst und nie mehr untergehst. Wie du das machst? Indem du deine Berufung lebst. Du weißt nicht, wie du deine Berufung leben sollst? Oder du hast es schon so oft probiert, es hat noch nicht geklappt? Dann melde dich einfach bei mir. Das ist das, was ich seit fast 20 Jahren beruflich mache. Menschen begleiten, ihre Berufung zu finden. Damit sie tatsächlich mit dem, was sie beruflich machen, immer darin aufgehen, anstatt darin unterzugehen. Und wenn du dir ein bisschen mehr als nur ein kleines Soulbiz Blister, eine Inspiration wünschst, vielleicht eher konkrete Begleitung auf dem Weg in deiner füllenden Erfolg mit deiner Berufung, mit deinem Seelenbusiness, dann schau einfach mal unter diesem Video. Da findest du Möglichkeiten, wie wir dich aktuell begleiten können. Zum Beispiel mit deinem ganz persönlichen Wunscherfüllungscode oder auch in deinem täglichen Soulbiz Blizz Club. Das ist im Grunde so etwas wie ein Gym für dein Seelenbusiness ist. Eine tägliche Ausrichtung, Fokus auf das, was du willst und Stärken und Trainieren des eigenen Manifestationsmuskels. Also, wenn du das möchtest, wie gesagt, klick auf den Link und lass uns gemeinsam wirken. Das ist im Grunde so etwas wie ein Babysitz. Das ist im Grunde so etwas wie ein Beispiel, wenn du es nicht so etwas wie ein Facebook-Auf in das, was du willst. Das ist im Grunde so ein Typisch. Also, ich habe es nicht so etwas als ein Ding.